Möbel durch die Gegend fliegen, sogar auf den Gipfeln orkanartige Böen, seien Sie also bitte vorsichtig unterwegs. So hat die triste Realität heute ausgesehen, der graue Himmel über Schloss Wilhelmstal bei Kassel. Bevor wir uns das länger anschauen, lieber ein paar niedliche Tiere aus der Umgebung, tolle Hörner muss man da sagen, und meine persönlichen Lieblinge aus dem Tierreich, aufgeweckte Laufenten.